so weiter geht es heute mit dem nächsten spiel und da steht es als gegner der vf aus der brücke an ja auch mal schauen gegen die wir gegen die antreten ruhig aber 300.000 mit ja und da schauen wir mal wo wir uns die punkte holen wir sind jetzt spiel tag 14 also fast winterpause das heißt ja so viel ist es nicht mehr so noch vier spiele jetzt wir kennen die transfer schocker ja klar der wird viel geld rausgemacht am ende muss mal gucken wie es zu einem ende rauskommt so wird es von kubilanski da kommen wir mal gerade rein ja gut ja der stammspieler mittlerweile seit liga 3 hat er wieder 343 store gemacht jeweils alles jetzt schon über zwölf 13 14 14 glaube ich heute im moment ja so kein markt da kommen wir gerade rein jetzt ja verkauft worden der ist für 300.000 abgegeben und 90 kriegen wir dafür dann geht es jetzt sofort los so spieltag 14 gegen den 11 und das ist das nächste was uns jetzt ansteht so kubilanski damit ich tommy wieder vorne reinsetzen auf die 10 also ich kann ja immer mal ein bisschen rotieren klar wenn der eine spieler ein bisschen platte ist dann geht es halt mit dem nix steht sehr nix sollte da dauert jetzt einen kleinen moment bis er hier irgendwie alles soweit zu geladen hat dann geht es los der große moment ist da ein spiel der ganz besonderen sorte ein echtes highlight bleiben sie dran ja gucken bei bestem fußballwetter melden wir uns heute liebe zuschauer ich begrüße sie herzlich zu diesem spiel heute abend am mikrofon sind auch heute wieder wohl und der kollege frank buschmann und bei uns geht es am heutigen tage um ein spiel in der zweiten bundesliga ich bin sicher das wird ein tolles spiel ein spannendes spiel also wohl beide wissen worum es geht sie gerade gegen diesen gegner und das merkt man auch wenn man die fans beobachtet eine extreme erwartungshaltung vor dieser fahrzeuge treffsicher sind sie ja das wollen sie sich ja 48 toren mittlerweile und sie haben natürlich auch in dieser fahrzeuge die beste chance die nummer 20 die nummer 23 die nummer 16 die nummer 16 so unsere aufstellung eine änderung aber das ist richtig ein wirklich massives mittelfeld aber es ist klar genau von hier muss dann die unterstützung nach vorne kommen da müssen sie machen der vfl osnabrück entscheidet sich heute für diese aufstellung herz stößt in dieser formation ist die natürlichste mittelfeldung ja in 4 4 2 mit raute sind sie im grunde da in der zentrale ganz gut aufgestellt und es bieten sich ja auch noch die möglichkeiten da über außen so dann geht es jetzt gleich los und zwar jetzt am pfiff auf erfolg und wir hoffen natürlich auf den sieg hier richter der ball ist ein bisschen weg gesprungen deswegen können wir nichts machen ja gut aber auf richter keine abseits im games und das gibt es mit es gibt auch nur geld für den verteidiger der aus der brücker verwehrmann wobei das auch eine anreiter oder das rot geben können weil der abschluss ist erfolgt da war der definitiv gelegentlich wird das hätte auch der trott geben müssen fast buchel ab darf fragen gut du bist auch links gibt's guter ab erstes tor trifft ja der tor wird es nach rechts weggezogen deswegen dachte ich mir jetzt haust du den links ins eck unten aber nach dem brussel ab ganz sicher macht das ding ja da ist auch schon der treffer ja auch am spielfeld ganz große freude über diesen führungstreffer erstes saison tor leider keine ansage vom stadionssprecher aber gut soll mir persönlich egal sein hauptsache wir führen das wäre dass das wir beschließen im spiel und kann sagen das rennen wenn wir gerade formel 1 gefahren gestreamt haben und ich kann sie denn die nächste aufnahme gehen tami leicht an geluft 2 0 10 min das ist wahnsinn direkt nochmal und jetzt müssen sie hier aufpassen dass ihnen das spiel nicht komplett entgleitet für den moment sind sie jedenfalls geschaut so jetzt können wir uns den treffer nochmal genau anschauen diesmal aus einer anderen kameraperspektive auch hier stehen wir schon mal auf 2 0 da will ich immer wieder zu zu Null spielen. Leider nur das Spiel gegen St. Pauli, da wo wir zu Null gespielt haben in letzter Zeit. Selbst gegen St. Hausen im letzten Spiel haben wir noch das eine Tor kassiert, haben wir ja 4-1 nur gewonnen. Gut abgefangen. Also, wir führen ungefähr 20 Minuten, oder knapp 20 Minuten, 17, 18 Minuten gespielt, mit 2-9 McKennie, der da ein bisschen zu. Das Ganze versucht, ein bisschen zu offensichtlich zu machen, aber dann das Ding sich noch holt. Buzela hat der Torschatz zum 1-0. Ja, schönes Ding von Tommy, der jetzt mit Power da vorbeigeht. Und das 3-0 steht. Und irgendwann ist er dann nicht mehr aufzuhalten und bleibt auch... Dann kann er gut durch sich durchsetzen, gegen den Verteidiger da und lange Eck und dann steht es hier 3-0. Der Gegner kann Ihnen einfach nicht viel entgegensetzen heute. Sie überzeugen auf ganzer Linie. Was er jetzt sagt, sie nimmt er mit dem Richter, genau, der wollte er sagen, da nimmt er den Meteor, der auch in den letzten Wochen oder letzten Tagen, wieso gut getraut. Ach ja, war zu schnell. Und jetzt können wir uns diese Szene nochmal anschauen. Ja, gut gemacht. Oh, da wurde es keine Abzeiten, weil da noch ein Verteidiger drin steht. Da kann er jetzt nochmal. Und den verhindert der Keeper. Hier das 4-0 zur Pause. Auch da verlieren Sie wieder den Ball. Und wieder verlieren die Osnabrücker den Ball, den Rosse, und der ist zu schnell. Oh, Tor! Und wieder kriegen die Osnabrücker das Ding da hinten nicht weg. Und dann ist es, Busterlapte dazwischen gehen und das Ding dann versenkt. Ja, das ist schon bitter, in der Situation den Ball zu verlieren. Wir sehen das nochmal in der Wiederholung. Da stimmt dann natürlich die Zuordnung nicht mehr. Es wird ausgenutzt und es fällt das Tor. Das ist ein zweites Saison-Tor. Eindeutiges Resultat bis hierhin. Ballehoberung jetzt hier im Mittelfeld. Schaut herunter, der Rodde. Entschuldigung, nicht der Rosse und der Rodde. Oh, den verhindert der Keeper. Der war nämlich da noch dran an dem Ball. Sonst wäre der nämlich ins Langheck eingeschlagen. Tommi, wieder der Rodde. Diesmal macht er sicher. 41. Minute. 5 zu 0. So, wir schauen uns die Wiederholung dieser Szene nochmal an. Erst kommt der Pass. Da hat er sich abgesetzt und die Verteidigung schlecht aussehen lassen. Er war einfach zu schnell für Sie. Ja, immer wieder dieses Nachsetzen, draufgehen. Die Verteidiger kommen gar nicht da hinten raus, dass man da irgendwas versuchen könnte. Sondern direkt der Nachdruck. Und die meisten Abfaller sind dann drin. Ja. Ganz bittere Nummer mittlerweile. Jetzt steht es 5 zu 0. Die Nummer 9. Simon, der andere. Christian Santos. Ja, und da sind die nächsten Länge. Und wieder nicht. Wie gesagt, die kommen wir gar nicht überhaupt gar nicht. Also in die Position, da irgendwas mal aufzubauen. Es gibt eine Minute Nachspielzeit. Richter. Der wieder viel Rasen vor sich hat. Richter. Terror. Der 5 zu 6 zu 0 sogar. Auch hier wieder den Fehler der Ortsnabrücker, der Vorwärtsbewegung. Und rein damit. Ja, da steht er wieder ganz alleine. Braucht er nur ein bisschen anzulupfen. Der gibt halt keine Chance. Der Ball fällt ein. Und hier ist das nächste Tor gefallen. Das Debakel ist schon nach Halbzeit 1 perfekt. 6 zu 0 der Zwischenstraße. Hand auf Herz, Frank Buschmann. Ist das Ding hier schon durch? Sieht fast so aus. Obwohl wir haben ja noch eine Halbzeit zu spielen. Aber das ist eine eindeutige Führung. Das schickt er den Mitspieler. Das macht er noch mal gut. Den Ball hat er. So, und dann geht es jetzt gleich weiter mit Halbzeit Nummer 2. Halbzeit schon mit Herrn Heidenheim. Aber nur 1 zu 1. Aber das ist nicht unsere Aufgabe. Die Heidenhammer, die haben es wirklich... Die Heidenhammer, die sind Pokal. So ganz kurz vor der Niederlage hatten. Ja, bis zur 88 Minute. 3-2 gefühlt. Ich dachte mir, okay, das Ding ist durch. Und dann der Doppelschack der Rodde. Und dann gab es doch noch das Weiterkommen und den Einzug in die dritte Runde. Tone für den Keeper. 7-0. 49. Minute. Wir schauen uns die Wiederholung nochmal an. Er zieht an seinem Mann vorbei. Ja, da hat er die Situation blitzschnell. Ja, da hat er die Situation blitzschnell. Ja, da hat er die Situation blitzschnell. Und der ist einfach so schnell da außen. Und der gab, glaube ich, sogar... Ging, glaube ich, sogar noch nicht die Beine. Und ja. Ja, er kann natürlich zufrieden sein mit dem, was seine Mannschaft hier heute zeigt. Deutliche Führung. Genau so hat er sich das gehofft. Also, Terodio Buccio Lab. Momentan mit den Toren. Also mit zwei Toren jeweils. Richter hat einen Doppelpack über. Ja, und dann... ...heben jetzt gerade noch der Rose und der mit dem Nächsten. Also die Offensive trifft gerade, wie sie Lust hat. Richter. So, Kotterschance, vielleicht jetzt. Das könnte das werden. Den verhindert, der Stürmer, den Verteidiger da, dass die Rose da nicht reinkommt. Kackelt raus. Nichts auf die Reihe gekriegt heute. Ah, das war ein Ballverlust. Nach der eigenen Ecke. Ah, okay, der hat ihn. Rüsselab. Amartey. Richter. Der wieder bei dir außen geht. Terodio. Nein, das war nicht Terodio. Nee, Tommi war es, glaube ich, mit den Toren. Der Tommi hat ja zu... Ach, egal, wer es gemacht hat. Habt ihr auch, wir haben die Tore. Zantast. Den Dragovic. Ich bin jetzt natürlich komplett rauszieht außen. Jetzt die Flanke. Und das war kein HB-Foul. Glück gehabt, dass der nicht durchkam. Ich habe schon gesehen, dass er da vorne gestartet ist. Der Tirodde. Habs halt. Ja, Mann, der Gelb-Vorpelhafte, Innenverteidiger. Wo sollte schon wieder die Früh den Elfabet? Ah! Ja, sicher besser so, da geht der Trainer kein Richtigum. Und jetzt sind hier noch 20 Minuten zu spielen. Klasse Pass. Ballwerk auf die Rotte. Und mit Kenny. Der wohl zum Verkauf steht. Das Tor nimmt er gerne mit. Alles offen. Ich glaube, den kann er gar nicht mehr verschießen. Auch McKinney, viertes Saisontor trifft auch noch. Eindeutiger Spielstand hier. Und viel Zeit bleibt nicht mehr. Auch nicht für Cosmetik-Urings. Einseitige Nummer, die man so vorher allerdings auch erwarten konnte. Ja, wurde schon klar. Manchmal können auch vermeintlich schwächere Teams überraschen. Aber wenn da nicht viele Umstände zusammenkommen und sollten sich die Favoriten, so wie heute, dann doch durchsetzen. Ganz gute Ball statt des E-Segama hat der. Aber der kriegt die Flanke nicht zu Terror darüber. Also keiner, der momentan auf drei Tore geht. Ja. Auf drei Tore stellt. Guter zehn Minuten noch. Dann haben wir es zu mir geschafft. McKinney. Und das gibt die nächste Karte. Also die Frage ist, was es gibt, ob es gelb gibt. Ich vermute schon. Ich glaube nicht, dass es glatt rot gibt. Oder sagt der Schiedsrichter sogar, ja, ich weiß, den Verplatz. Er sieht gar nichts. Okay. Wieder nicht reingekommen. So, jetzt einmal der Ball am AT, der jetzt durchmarschiert da unten. Und dann Richter, der es nicht macht. So, jetzt wechseln wir kurz eben durch. Das Ding hier ist sowieso gegessen. So, dann kann man eben kurz die Dreifache wechseln machen, damit die alle ihre Einsätze bekommen. So, keine Zeit, übrigens, glaube ich, von Hack, der jetzt mit der Flanke reinkommt. Und dann ist Feierabend. Das war wirklich eine klasse Leistung heute. Man hat gesehen, was sie drauf haben. Schlicht und ergreifend. Überzeugt. Klatsche für den VW Sunderbrück. Die Schalker gehen natürlich weiter. Und damit müsste eigentlich auch schon fast der Herbst durch sein, weil es ist wieder später 14. Aber ich glaube, wir haben noch nicht die zehn Punkte vor Sprengen. Zehn Punkte Vorsprung. Ja, gut, wenn du früh den Elfmeter versenkst, ne. Ich erlaubte ja, dass 1 zu 0 gemacht hat, direkt relativ früh. Also 2 zu 0 gemacht, 34 Minuten, ja. Ja, ja, passt. Bin zufrieden. So. Und auch mal wieder zu 0, vor allen Dingen. Heidenheim schlägt Gewitter in Heidenheim. So, und in der nächsten Folge geht es dann weiter mit dem Europa-League-Spiel. Dann geht es nämlich weiter mit dem Spiel gegen den FC, äh, gegen den FC Alkmaar. Wenn ich es richtig im Kopf habe. Und, ja, wenn Alkmaar gewinnt soll, dass sie wieder verlieren sollte, dann ist hier wirklich noch mal ein bisschen Spannung mit drin. Aber, ob das passiert, sehen wir uns in der nächsten Folge an. Und, ja, ich wünsche euch jetzt bis dahin. Und tschüss.